Die Hauptschule hat am Freitag aus Wildeshausen Hollyhausen gemacht, denn das Motto der Abschlussjahrgänge lautete Hollywood. 68 Stars sind nominiert, sagte Rektorin Dorit Hilscher. 22 Jugendliche der 9. Klasse sind mit dem Hauptschulabschluss verabschiedet worden. Von den 44 Schülerinnen und Schülern des Jahrgangs 10 haben 26 den Realschulabschluss geschafft und zwei den erweiterten Realschulabschluss, der ihnen den Weg zum Abitur ebnet. Untertitelung des ZDF, 2020